Knurwiges Hallo zur unendlichsten Folge von, genau, zu Minecraft Vanilla und wir werden heute wieder weiterbauen bei unseren Schönern Sachan und ich bin immer noch in der Vorproduktion, aber es gibt kein und ja, ja, die Vorproduktion 30 Tage Daily. Okay, ihr ne, ähm, auf jeden Fall, hier sieht's schön aus, das sieht alles wirklich sehr schön aus, hier mit diesen Lämpchen, ja, die brauchen, ne, da, wir wissen, ne, da, okay, okay, wir haben wieder etwas, Eiren, darf ich mir eins nehmen, oder, da war noch was, da war ja was, was wir wollten, ich brauch auch Essen, ähm, sie ist gerade farmen, Ich glaube, die farmen ein bisschen Kohle, ähm, ja, die farmen ein bisschen Kohle, ja, die hat gerade nichts spannenderes zu tun, als Kohle zu farmen, ich weiß, meins ist auch gerade nicht viel besser, aber ich meine, ich hab hier schon mal ultra viel gebaut, und oh mein Gott, was ist total, das war doch instant hier irgendwo runter, Ich hab den Weg da jetzt zugebaut, glaube ich, ne, kann das sein, dass der Weg da jetzt zu ist, ja, hier, einfach zu, ja, der Weg war zu, da hinten ist es ja, hä, aber wie, hä, warum, da gibt's doch nicht mehr Sinn, so. Kann ich jetzt hier so hoch und ein bisschen farmen, hab ich kurz aufgeschrieben, ja, ich will das auch alles uncut lassen, also fast uncut, kommt das uncut, wird es nicht, aber es wird ziemlich uncut, äh, ja, pff, warum nicht, hä, lol, ähm, ich weiß nicht, wo der Ausgang war, Nicht blöd, ich brauch Glowstone, merke ich gerade, ne, ja, moin, ich brauch Glowstone, stimmt ja, ja, Leute, ich brauch Glowstone, damit ich Speed besser bekomme, und Glowstone ist ja keine seltene Ressource, sagen wir es mal so, wir haben jetzt schon fertig für 32 Tränke, ja, Massenproduktion, hässliche Massenproduktion von Tränken, Ne, 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 aber, ähm, ich, ja, omg, hab Eisbär gefunden, Oh, cute, die machen so viel Schaden, ist mir trotzdem cute, Also, okay, hier sind ein bisschen Pilze, können wir noch, Hallo, Herr Enderman, lassen Sie mich in Ruhe, ich mach Ihnen nix, Sie machen mir nix, danke, Aua, bekomm ich wieder ultra viel Schaden, Was ich weiß, war hier, Ach, ich hab noch gar nicht gesagt, in welcher Version wir spielen, Wir spielen da noch 1, 5, 2 und 2, Ich weiß gerade nicht mehr den Weg, Da, da war es doch schon, Ja, da, da unten, genau, Ich wusste schon, dass ich da irgendwo runterspringen muss, aber hey, Unter, ah, das, Ich nehme mal ein paar Stacks mit, Ich will mir gar nicht ausrechnen, wie viel ich brauche, Obwohl, ich kann es mir auch ausrechnen, 10, 60 Blöcke, Also, ich nehme 120 mit und baue eine doppelt so große Farm, Erster Stapel, Ich war ruhig sicher, warum ich das jetzt weggeschmissen habe, einfach aus dem Grund, Weil, man kann nicht 60 plus 60 einfach, das rechnet sich dann Minecraft aus und nicht ich, Ist mir lieber, Auch wenn das eigentlich nicht schwer ist, aber egal, Es ist so, es ist schon chillig, Ich glaube, sie geht holz, doch sie geht holz, Ich will nicht wissen, was an der Oberwelt da aufgeht, Aber, Es wird einfach, Es ist einfach ein chilliges Projekt für nebenbei, Überhaupt jetzt, in der Corona-Krise, Immer chillig, sowas zu sehen, Ja, danke, Das wäre es dann auch schon wieder, Das wäre so nett, Natürlich, nimmst du eine verzauberte andere mit, Okay, also, ich werde mich doch, Warte, Obwohl, doch, ich brauche Blaze, Soll ich jetzt einfach auf Blaze gehen und, Weil das Kind, dass ich hier sterbe, Weil, da fliegt ein Blaze rum, So dunkel hier, Oh nein, Ich habe doch extra gezählt, Da war eins, Wo bist du? Blaze? Ich glaube, wir haben alle Spawn abgebaut, ne? Da war einer, der ist weg, Der andere habe ich, glaube ich, auch abgebaut, Ich gehe trotzdem erst mal hier weiter, Weil vielleicht finde ich hier, Ja, wieder, Hier oben war noch einer, Aber ich, ich weiß nicht, ob ich den abgebaut habe, Ich glaube, über mir war noch einer, Oder nicht hier, okay, Ah ja, genau, Hier war noch einer, Den habe ich aber auch, Das habe ich nicht gedacht, Ich habe keinen Plan, Ja, Danke, Ein haben wir, Würde ich schon wieder länger reichen, In dreier Wellen spawnen jetzt schon, Ja, nice, Und jetzt alle eins getroppt? Ne, Einer nicht, Kann ich bitte aufhören, Das abzubauen? Ich muss das auf die Momentar legen, Okay, Darf ich nicht schnell rechen? Dank. Ich habe fast kein Essen mehr, Egal, ich nehme noch eine mit, Wenn es sei, Ich nehme noch eine Wave mit, Eine Wave mehr, Komm, Zurück, Neues bohren, Hallo, War neu, Okay, Dann nehme ich noch drei mit, Sowieso, Ja, Sechs, Plast, Oh, Nein, 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 Bitte, Bitte, Keine, Gehtraut, Okay, Tschüss, Muss ich jetzt, Sowieso wieder back, Kurz, 0, 50, 32, das alle wissen zurück am Portal sollte wir sind zurück in der echten Welt wird auch ausgültel rausgekappt was ist traurig war traurig ist ziemlich traurig weil es ist Prozent und man auch noch kommt gesagt nicht 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 auf und dann muss ich jetzt sagen ja okay dann nennen was das ich hab jetzt das hier ich baue das jetzt wieder ein ganzes ich muss wieder den ganzen Boden abbauen merkt grad und er das ist ich muss hier ab oh nein wartet mal ganz kurz ich komme gleich wieder schön wieder zwei minuten verplempert und dann setze ich mich wieder hin wie wie viele minuten habe ich noch zwei minuten verplempert aber ich jetzt mal ab ich weiß gar nicht ob das 60 blöcke sind das kind doch ich muss ich auch noch ach Mensch komm komm jetzt sind sie hat doch zertig da sie hat doch ihn gefahren so brav wie sie ist so brav wie sie ist wirklich brav ähm warte wie lang brauchst du noch ich schreibe mal ich schreibe mal wie lange sie braucht schon wieder kein Holz mehr und kein essen hab kein essen mehr tpa wer zu wem ich will doch nicht zu ihr obwohl doch ich kann doch einfach zu dir ok dann ist dann dann ist es gut hi ist gut ne wie lange ich ich glaube ich baue jetzt schon drei folgen an der farm ja also danach weil ich weiß nicht ob ich mich danach um zuckerrohr kümmere oder erst in salon dier rüstung wer weiß das nicht schlecht ja und ich nehme jetzt endlich mal das eisen mit hier das hat irgendwas ja cool ich brauche jetzt noch die schienen für nach oben und ich also wieso oh hä achso achso so curse of vanishing mit dem fluch ok also mit einem zauberung wäre besser gewesen aber hey egal spielen wir ja mein kraft vanila also haben die genug zeit ja ja in der menschlichen hat man genug zeit um irgendwas zu machen weil man dafür auch fünf folgen für eine farm brauchen mhm ist nicht so dass es total dumm ist wenn man so lang braucht oder so ich brauche das ganze Ziel ab und jetzt da unten ist noch Lava ja ok und ich und ich es ist das game gesalved gut so danke server ok hat sogar gereicht gut ich habe mich sogar irgendwie verrechnet was es mir grad nicht einfällt aber gut das ne da war so und dass man hier alles weg ok das ist jetzt schon mal so und sick das hat sich mehr als die ich kann das ganze Feld jetzt anbauen ne ähm ja ich habe mich irgendwo hin verrechnet weil ich kann das Feld nämlich nicht komplett anbauen obwohl das eigentlich möglich sein sollte 60 ich habe also ach so stimmt ja die erste reihe sind ja schon 70 doll ok ok das holz dann kann ich eigentlich in die kiste ich habe es auch nur ein getränk geh hat sie holz geholt essen ich freue mich ein bisschen danke ich habe mir grad ernst auf das Leben gerissen ne coole dann nehme ich mir das Brot raus thanks ist schön tier so ähm ich würde sagen wir machen instant weiter auch wenn also Leute vielleicht ihr werdet hier irgendwann mit uns reden das schön schön ist haben wir hier eine Doppelkiste und hier auch eine Doppelkiste das gefällt mir ich glaube es sollen wir direkt eine neue Ladung machen ich meine jetzt könnte ich eine Speed 2 egal wir lassen das jetzt erstmal so derweil äh weil ich würde gerne hier die Farm zuerst fertig machen wir haben doch sicher können auch ja was ist doch kann man das mit oh lol danke zucker kommt da instant rein es geht nicht es geht ja es geht ja es geht das mit dem hier ne Zuckerrohr ist also also Bonemeal ist Knorrmehl ist da Knorrmehl ist eigentlich nicht gesund Digga ach Kelp soll ich eine Kelpfarm bauen für dich hm danke dann kann ich das Rezept ich kann wieder ein paar Rezepte wenn wir noch ja ok wir haben wir noch so viele Zeugen ich gehe hier mal hoch und hier ist es dunkel ok da wieder was dauert also falsch so also ich hier ist mal ausgeleuchtet also geht reicht das jetzt ja auf jeden Fall so so das hier wäre das ganze mal safe Raum beleuchtet alles beleuchtet äh die ich kann ja auch mal schau mal schau mal das licht schau mal das licht das licht das licht gehen sie bei dir aus das licht das licht das licht das licht ja ich weiß auch warum wegen diesen Dingern hier und die weg sind dann ein aus ein aus ein aus ok das heißt ist wenn ich diesen redsdünn repeater setze dann bekommt der hat der länger doch jetzt geht's hä? warum geht's jetzt auf einmal? btf? wegen dem da ach so wegen dem kreis glaube ich oder? wenn ich das jetzt zusätzlich dann bleibt das ein oder? ne jetzt geht's jetzt geht es hä? leeg ja wlan weg wlan will ok so leute das war's mit einer weitere ja genau so ist es das war's mit einer weiteren Folge Minecraft Danila wir sehen uns beim nächsten wieder und tschau